Okay, erstmal hallo, long time no see. Es beginnt ja heute die K.O.-Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft und jetzt schauen sehr viele Leute, die sich auch normalerweise nicht so für Fußball interessieren, Fußball. So wie zum Beispiel ich und einige andere auch. Aber manche haben vielleicht ein Problem, es ist 2018, sehr viele Inhalte auf YouTube sind zum Beispiel, InfK auf Netflix ebenfalls, aber das Signal, was zum Beispiel der ORF in Österreich ausstrahlt, ist nicht mal Full HD. Das ist HD, weil steht ja eh oben in der Ecke, aber es ist 720p, nicht mal Full HD und weiß nicht, für wen der eher das Spektakel eines Spiels genießen will und nicht so hundertprozentig nur an dem Fußball interessiert ist, ist natürlich schon ein bisschen störend. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie ihr gratis, und ihr müsst nicht mal dazu einen Receiver haben, Spieler in bis zu 4K streamen könnt. Los geht's! Zuerst braucht ihr natürlich einen Full HD, 2K bzw. 4K fähigen Bildschirm, der an einem Computer angeschlossen ist. Vielleicht geht es auch mit einem Smart TV und der VLC App, aber da habe ich keine Erfahrung, das müsst ihr selber ausprobieren. Wenn ihr den VLC Media Player schon habt, dann ist das super, wenn nicht, dann geht auf den ersten Link in der Videobeschreibung und ladet ihn euch runter. Das ist ein super Programm und gratis sollte man auf jeden Fall auf jeden Computer installiert haben. Damit ihr den Stream in einer so hohen Auflösung anschauen könnt, braucht ihr nicht zuletzt dadurch, dass der Stream mit 50 FPS läuft, eine ziemlich hohe Internetverbindung. Und zwar 7 Mbit für den Stream mit 720p, 10 Mbit für den Full HD Stream, 16 Mbit für den 2K Stream und 36 Mbit für den 4K Stream mit 50 FPS. Und zwar, das ist das Minimum, was ihr durchgehend braucht. Falls ihr nur manchmal das habt oder das euer Maximum ist, nehmt lieber den Stream mit der etwas geringeren Auflösung. Falls ihr nicht wisst, wie schnell euer Internet ist, könnt ihr auf den zweiten Link in der Videobeschreibung klicken und das ganz einfach herausfinden. Alles, was ihr dann noch tun müsst, ist auf den dritten Link in der Videobeschreibung zu klicken. Der führt euch zu einem Google Dokument, wo ich euch die verschiedenen Links für die Netzwerk Streams hineingestellt habe. Den jeweiligen Link müsst ihr mit STRG-C oder COMMAND-C auf Apple Computern kopieren, VLC Media Player öffnen und mit STRG-N oder COMMAND-N das Netzwerk Stream Fenster öffnen. Den Link, den ihr aus dem Google Dokument habt, mit STRG-V hinein kopieren und auf Wiedergabe drücken. Das war's. Wenn dieses Video hilfreich war, dann abonnier den Kanal. Bis in 6 Monaten. Ciao. Ciao. Ciao.